Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Adolf Leroy. Wir heißen euch. Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Ju hey. Ju hey. Neue Aufnahmesession. Es geht wieder weiter. Ja. Wir müssen Kunstwerke machen. Genau. Und Hunde. Hufis. Huf. Nein, da. Nein, bitte. Rückseite. Wir müssen ein Zelt finden. Alles klar. Das sollten wir hinkriegen. Die Rückseite. Irgendein Sperger ist, hat der eine gesagt. Ja, richtig. Guck mal, ich bin noch nie. Wir haben jetzt zwei Wochen Pause gemacht, ungefähr. Weil er letzte Woche nicht konnte. Ja. Alles seine Schuld. Wie hast du mich letztes Woche ab? Ne, du hast doch alle, du hast letzte Woche ab gesagt. Einmal hast du auch ab. Einmal habe ich ab gesagt, das war davor gewesen. Ja, dann haben wir weiter. Ja. Ja, okay. Was will ich sagen? Ich brauche mir die Schuld in die Schuhe schieben. Oh. Und weiß es warum? Weil ich das kann. Würden Sie bitte auf mich warten. Dankeschön. Nein. Was? Das ist ein Eingrufbottel. Hm. Ja, nein. Da machen wir das da. Da tropft es raus. Ja. Die Orangen sagt, es ist ausgelaufen. Oh nein, nicht die Orangen sagt. Moment mal. Ja. Hatten wir diese Diskussion nicht beim letzten Mal? Weiß er nicht. Weiß er nicht. Als wir im Lava-Level waren? Ich meine ja. Ja, genau. Diese Diskussion hatten wir doch. Aua. Ich bin zu faul zum Lava. Hm. Ja, okay. Ich lauf selber. Ja, da ist relativ langweilig. Irgendwie ignorieren wir auch die Hunde, weil... Wer will denn die Hunde? Okay. Genau. Da ist es. Yes. Yes. Level beenden. Ja. Da ist da. Da man direkt rausgehen kann, ey. Ja. Sehr viel Zeit. Ja, wenn wir uns so ranhalten könnten wir mit einem ganz großen Teil fertig werden. Ich denke mal nächste Woche, wenn es klappen sollte, dürften wir fertig sein. Nein, ich weiß. Ist weiß hergeholt, aber ich sehe es optimistisch. Ja, ja, noch mal bitte. Sechs Kristallhaufen. In der Wasserfalle. Ja, okay. In dem Level. Vorderseite. Okay. Machen wir Steine kaputt. Yeah. Steine kaputt machen. Mit Eiern. Mit Eiern. Das klingt so falsch. Ich nur... Weil ich weiß. Weiß. Eier sind die natürliche Feinde von... Die natürlichen Feinde von Stein. Ja, das sind sehr verklingt irgendwie. Hm. Eigentlich sind die Eier... Eier nur der natürliche Feind einer Bowlingkugel. Nee, jetzt sagen wir nicht. Das musstest du nicht. Oh mein... Oh mein... Wie sehen wir aus? Sind so aus. Okay. Schon mal die richtige Form. Irgendwie... Wie soll es hier runterkommen? Nee. Versuch da mal drauf zu ziehen. Ja. Da kannst du nicht... Gebunden sind wir überall, glaube ich. Überall und nötig ist. Warum habe ich da auch keinen Schaden bekommen? Da... Da ist einer. Ja. Sollte das denn? Warum hast du das gemacht? Wozu werden? Na, sie sagt nicht. Kann man. Ich weiß, hab ich ja nie gesehen. Den größeren Stecker der Explosion. Ja. Das wusste ich doch schon, dass deine Füße stärker sind als jede Explosion. Ja. Nimm das unnötige Smash-Boss-Charakter. Und bevor du mich fragst. Ja, ich weiß schon, dass der neue Smash-Boss-Charakter da ist. Der Joker. Ja. Wir haben den Joker. Genau. Batman. Künftig mit dem Später. da ist das einzige was nicht passt hat ja auch vielleicht nicht da bleibt man irgendwie rund jetzt oder so wie ich dann dadurch die gegend irgendwie ist das level ist relativ lang wenn wir sollten die hoffnung noch nicht aufgeben wir können ja jetzt nicht nur auf die münzen nicht und sonst nicht ist das klar was nur wenig geld ich bin geld da ist an diesen versteckt warum soll keine herzen aber scheiß drauf wir nehmen sie trotzdem mit nein ich hätte dich roten warum habe ich das getan meine warum habe ich die rote münze gerettet du hast es im mund ich zeig dir eine richtige bombe da hinten ist was ich verwechseln ich weiß es nicht das hat mich jetzt gerade ein bisschen verunsichert jetzt habe ich ihn dieser flyer der hat mich gerade so verunsichert das ist nix die dieidade die hat sich sagt etwas besser nix da uns bewusst kaputt kaputt ich mag es zu machen ich habe eine bombe nach hinten bewegen nein die nicht durch das ziel kommen wir zurück wir sind immer zurückkommen da werden wir dieses mal aufschaffen wir fliegen einfach genau helikopter mond aktiviert ich bin nicht so kann es dann bin ich gewandt geflogen das sollte so nicht passieren aus gezeichnet ja ich glaube da oben ja am besten einfach mal alles aber ab checken was ja ich glaube ich müssen wir echt suchen ja ich will aber nicht so viel zum thema ziehen meine aussage erst mal zurück bist du hier irgendwo sein sind wir alle warum seid ihr alle bunt ihr seid wertloh es mit grau und langweilig ja warum seid ihr nicht grau und langweilig doch nicht ja ich versuche es das kommt bekommen ich bin irgendwo eingetreten habe ich habe geschossen Warte. Halt mal. Komm mal hoch. Nein, ihr seid beide grau. Ihr seid so bunt. Warum seid ihr bunt? Warum können nicht grau und langweilig sein? Das gibt's doch nicht. Wo ist dieser verdammt der letzte Kristall? Ist er vielleicht draußen? Ganz am Anfang des Levels? Der ist bunt. Wir sind noch nicht ganz am Anfang. Jetzt sind wir am Anfang. Und wir haben nichts gefunden. Super. Das ist ja großartig. Vielleicht sollten wir das erst mal sein lassen. Aufräumen will ich das jetzt gerade ziemlich hart triggert, weil wir das jetzt nicht finden. Jedenfalls solltest du nicht runterfallen. Weil du bewegt sich steil auf dem Abgrund. Dann locken wir ja durch. Malarmt. Mal weiter. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ey. Alter. Wir sollten das Level beenden. Ja. Wir beenden das Level. Und gucken. Und ich werde zuhause mal nachgucken. Wo diese Teile sind. Wir haben mehr oder weniger Geld. Vor 60 Minuten dabei zu schaffen. Wir haben jetzt. Ach. 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 Sieh mal an. Das bleibt gespeichert. Das ist sehr gut. Das klingt ja schon mal gut. Okay. Holen wir uns hier mal die Blume. Okay. Das ist ja eigentlich Bonuslevel. Bonuslevel? Nein. Die mit Blumen freigestattet werden oder so wie Wallywall. Nein. Es gibt keine Bonuslevel. Um Typen zu bezahlen, die uns den Weg versperren. Da gibt es auch keine. Ich weiß. Aber wir sind trotzdem. Weil wir es können. Mann, was für eine lange Party. Ich weiß wo. Ey. Ey. Geh auf deine Seite. Oh. Dann können wir ja gar nicht die nächste Mission annehmen. Ne. Verdammt. 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 Einmal Spaß. Karabel ist nicht schlecht. Karabel ist geil. Ja. Karabel. Ach. 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 Nicht. Ich habe keine Ahnung. Es interessiert mich auch gerade gar nicht. Wir sollten immer weitergehen, okay? Leibniz. wie ist das ding gesehen steht einfach mal weil warum auch nicht fahrt zum pfh verdammt das müssen wir zehn mitnehmen das wollte ich immer schon mal machen wenn wir nicht besser in meiner zunge stein doch mit meiner abgewährt Oh Ich bin ja sicher, Heinz, also Oh Haha Ich habe dein Ei abgewehrt Na, warte Dsch Brech einfach durch Oh, wie wäre es noch mit einem Kunstwerk? Ne Nur in dieser Welt können wir ja keinen anderen Kunstwerk sammeln Boah, vorher ist nicht Nein Wir haben ein Level abgeschlossen Wir können in einem Level noch versuchen die Hunde zu finden Ja Mal gucken Haben wir hier schon die Hunde? Ne, haben wir nicht 333 Das dürste zu schaffen sein Meint das schon wirklich? Schon mehr die Hunde? Ja Komm, wenn wir in diesem Level schon nicht Nicht den letzten Kristall finden, lass uns wenigstens die Hunde suchen Das können wir die Hunde auch nicht Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das da? Das muss überprüft werden Was meinst du? Hier siehst du das nicht dahinter? Könnte das vielleicht der letzte Kristall sein? Nein Das sieht aber so aus Auf einer anderen Seite Wir sehen doch alle gleich aus Nein Ja Ja Da Das ist nun Ist hier ein Hund Ich habe nun gesehen Und wir haben hier in der Luft Den 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 Mitten gegen die Fresse Mitten gegen die Fresse Mitten gegen die Fresse Aber ich kann nicht zählen Ich kann nicht zählen Das war alles cool Haha Mit dem Hund abgeworfen Da ist einer Hallo Ich werde dich jetzt als Wurfgeschoss einsetzen Wurf Nein Da gibt es Das klappt nicht Warum klappt es nicht? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich habe ihn gehört Da ist ab Ich brauche eine Bombe Also gut gemacht Und jetzt wurde ich den Hund Und jetzt lassen sie abbrauchen Ja Ich hoffe das sind dass wir dieses Da wird auch noch Nein Wir brauchen eine Bombe Und wir haben nicht mehr viel Zeit Aber wir haben nicht keine Zeit mehr Ah ok Das ist sehr gut Mensch Der Wurfschaffner hat nicht mehr Zeitlich Aber haben wir doch Ahhhh Die Blume Ahhhh 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 Also Vor allem noch von so einem nervigen Weil wir mögen ihn nicht Ja Haben wir noch Zeit für ein Level? 25 Minuten Ja Ja Vielleicht Und wo wir uns zusammen Die haben Ähh Ah ne Wir haben schon alle gefunden Oh Na Na Geh mal weiter bestimmt das ist ein boss level da geht es weiter das flutter schild das würde man auf der rückseite eines gebietes mit blühenden blumen das level sein und die münzen bekommen wir versuchen beides versuchen wir die hunde und unterschied zu finden jetzt habe ich nicht nicht darauf geachtet wir können ja gleich eben auch pause drüben da sind sie und dann weckt ein bluten ich war schon zu lange ich werde ja drei die finden wir nicht hier ja ja ich habe den hund gehört also ich habe mir der rennt weg wie kann das machen also ich sehe nicht da unten was ich habe ihn gesehen kann so nicht zielen ich kann so nicht arbeiten ist er mit ikon nimm das und wir haben es verdient weil wir hassen diese hunde sie laufen weg das ist schön wenn ich da ist das ist ziel und gegen die fresse geworfen ich denke jetzt bei den qualenjägern 22 haben haben wir gebraucht ja dann würde ich mal sagen das war es dann für den part wir haben ein paar level geschafft ich sage nur rückseite eines gebietes mit einem großen monat im augenwurf sechs davon und ich hasse gemüse bis zur nächsten bis zum nächsten Mal